Hallo Leute, und heute machen wir mal ein Interview mit dem Zanian, oder Zanian, oder Zanian, oder Zanian, oder Zanian, und, ja, hallo Zanian, wie geht es dir denn heute so? Was wirst du von mir? Ähm, naja, also ich wollte gerade ein Interview mit dir führen. Wie wär's denn mit... Magst du eigentlich Äpfel? Nein. Naja, ähm, okay, und glaubst du, du wirst jemals ein erfolgreicher YouTuber? Nein. Okay, letzte Frage, und was ist deine Lieblingsfarbe? Ich antworte dir nicht. Okay, ich hab dir jetzt gerade geantwortet. Okay, und willst du jemals... Nein. 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 Okay, danke für dieses Interview. Jetzt wissen wir mehr über dich. Danke.